We like to go swimming in the summer. Wir mögen es, im Sommer schwimmen zu gehen. Do you like the color blue? Magst du die Farbe blau? They like to watch movies. Sie mögen es, Filme zu schauen. Gehen, to go, I am going to the supermarket. Ich gehe zum Supermarkt. They go for a walk in the park. Sie gehen im Park spazieren. He goes to school by bus. Er geht mit dem Bus zur Schule. We will go on vacation next month. Wir fahren nächsten Monat in den Urlaub. She likes to go dancing on weekends. Sie geht gerne am Wochenende tanzen. Machen, to do, make, I am doing my homework. Ich mache meine Hausaufgaben. He makes breakfast every morning. Er macht jeden Morgen Frühstück. We will make a decision soon. Wir werden bald eine Entscheidung treffen. She likes to make crafts. Sie macht gerne Bastelarbeiten. Can you make a reservation for dinner? Kannst du eine Reservierung für das Abendessen machen? Wissen, to know, I know the answer. Ich weiß die Antwort. Do you know the way to the train station? Weißt du, wie man zum Bahnhof kommt? He knows how to play the guitar. Er weiß, wie man Gitarre spielt. We know each other since childhood. Wir kennen uns seit der Kindheit. They know the city very well. Sie kennen die Stadt sehr gut. Seen, to see, I see a bird in the sky. Ich sehe einen Vogel am Himmel. Can you see the mountains from here? Kannst du die Berge von hier aus sehen? She sees her friends every weekend. Sie sieht ihre Freunde jedes Wochenende. We will see each other tomorrow. Wir sehen uns morgen. They see a movie at the cinema. Sie sehen einen Film im Kino. Möchten, would like, I would like a coffee, please. Ich möchte einen Kaffee, bitte. Would you like to go to the movies? Möchtest du ins Kino gehen? He would like to travel around the world. Er möchte um die Welt reisen. She would like to have a pet. Sie möchte ein Haustier haben. We would like to order pizza. Wir möchten Pizza bestellen. Heißt, is called, what is your name? Wie heißt du? The book is called, Harry Potter. Das Buch heißt, Harry Potter. His Name ist Maximal. Er heißt Maximal. Her Name ist Anna. Sie heißt Anna. What is that called in German? Wie heißt das auf Deutsch? Mögen, to like, I like ice cream. Ich mag Eis. She likes to read books. Sie mag es, Bücher zu lesen. We like to go swimming in the summer. Wir mögen es, im Sommer schwimmen zu gehen. Do you like the color blue? Magst du die Farbe blau? They like to watch movies. Sie mögen es, Filme zu schauen. Gehen, to go, I am going to the supermarket. Ich gehe zum Supermarkt. They go for a walk in the park. Sie gehen im Park spazieren. He goes to school by bus. Er geht mit dem Bus zur Schule. We will go on vacation next month. Wir fahren nächsten Monat in den Urlaub. She likes to go dancing on weekends. Sie geht gerne am Wochenende tanzen. Machen, to do, make, I am doing my homework. Ich mache meine Hausaufgaben. He makes breakfast every morning. Er macht jeden Morgen Frühstück. We will make a decision soon. Wir werden bald eine Entscheidung treffen. She likes to make crafts. Sie macht gerne Bastelarbeiten. Can you make a reservation for dinner? Kannst du eine Reservierung für das Abendessen machen? Nehmen, to take, can I take a picture? Kann ich ein Foto machen? He takes the train to work. Er nimmt den Zug zur Arbeit. She takes a shower in the morning. Sie nimmt morgens eine Dusche. We take the bus to school. Wir nehmen den Bus zur Schule. They take their dog for a walk. Sie nehmen ihren Hund spazieren. Bringen, to bring, can you bring me a glass of water? Kannst du mir ein Glas Wasser bringen? He brings flowers for his girlfriend. Er bringt Blumen für seine Freundin. She brings her lunch to work. Sie bringt ihr Mittagessen mit zur Arbeit. We bring our own snacks to the movie theater. Wir bringen unsere eigenen Snacks ins Kino. They bring their children to school every morning. Sie bringen ihre Kinder jeden Morgen zur Schule. Hören, to hear, listen, I hear music playing. Ich höre Musik spielen. Do you hear that noise? Hörst du das Geräusch? He listens to the radio every morning. Er hört jeden Morgen Radio. We like to listen to podcasts. Wir hören gerne Podcasts. They hear the birds singing outside. Sie hören die Vögel draußen singen. Fragen, to ask, can I ask you a question? Kann ich dich eine Frage stellen? He asks for directions. Er fragt nach dem Weg. She asks her teacher for help. Sie fragt ihren Lehrer um Hilfe. We ask for permission to leave early. Wir fragen um Erlaubnis, frühzeitig zu gehen. They ask for advice from their friends. Sie fragen ihre Freunde um Rat. Spielen, to play. I play the guitar. Ich spiele Gitarre. Do you play any sports? Spielst du irgendeine Sportart? He plays Videogames in his free time. Er spielt in seiner Freizeit Videospiele. We like to go swimming in the summer. Wir mögen es, im Sommer schwimmen zu gehen. Do you like the color blue? Magst du die Farbe blau? They like to watch movies. Sie mögen es, Filme zu schauen. Gehen, to go. I am going to the supermarket. Ich gehe zum Supermarkt. They go for a walk in the park. Sie gehen im Park spazieren. He goes to school by bus. Er geht mit dem Bus zur Schule. We will go on vacation next month. Wir fahren nächsten Monat in den Urlaub. She likes to go dancing on weekends. Sie geht gerne am Wochenende tanzen. Machen, to do, make, I am doing my homework. Ich mache meine Hausaufgaben. He makes breakfast every morning. Er macht jeden Morgen Frühstück. We will make a decision soon. Wir werden bald eine Entscheidung treffen. She likes to make crafts. Sie macht gerne Bastelarbeiten. Can you make a reservation for dinner? Kannst du eine Reservierung für das Abendessen machen? Wissen, to know, I know the answer. Ich weiß die Antwort. Do you know the way to the train station? Weißt du, wie man zum Bahnhof kommt? He knows how to play the guitar. Er weiß, wie man Gitarre spielt. We know each other since childhood. Wir kennen uns seit der Kindheit. They know the city very well. Sie kennen die Stadt sehr gut. Sehen, to see, I see a bird in the sky. Ich sehe einen Vogel am Himmel. Can you see the mountains from here? Kannst du die Berge von hier aus sehen? She sees her friends every weekend. Sie sieht ihre Freunde jedes Wochenende. We will see each other tomorrow. Wir sehen uns morgen. They see a movie at the cinema. Sie sehen einen Film im Kino. Möchten, would like, I would like a coffee, please. Ich möchte einen Kaffee, bitte. Would you like to go to the movies? Möchtest du ins Kino gehen? He would like to travel around the world. Er möchte um die Welt reisen. She would like to have a pet. Sie möchte ein Haustier haben. We would like to order pizza. Wir möchten Pizza bestellen. Heißt, is called, what is your name? Wie heißt du? The book is called, Harry Potter. Das Buch heißt, Harry Potter. His Name ist Maximal. Er heißt Maximal. Her Name ist Anna. Sie heißt Anna. What is that called in German? Wie heißt das auf Deutsch? Mögen, to like, I like ice cream. Ich mag Eis. She likes to read books. Sie mag es, Bücher zu lesen. We like to go swimming in the summer. Wir mögen es, im Sommer schwimmen zu gehen. Do you like the color blue? Magst du die Farbe blau? They like to watch movies. Sie mögen es, Filme zu schauen. Gehen, to go, I am going to the supermarket. Ich gehe zum Supermarkt. They go for a walk in the park. Sie gehen im Park spazieren. He goes to school by bus. Er geht mit dem Bus zur Schule. We will go on vacation next month. Wir fahren nächsten Monat in den Urlaub. She likes to go dancing on weekends. Sie geht gerne am Wochenende tanzen. Machen, to do, make, I am doing my homework. Ich mache meine Hausaufgaben. He makes breakfast every morning. Er macht jeden Morgen Frühstück. He will make a decision soon. Wir werden bald eine Entscheidung treffen. She likes to make crafts. Sie macht gerne Bastelarbeiten. Can you make a reservation for dinner? Kannst du eine Reservierung für das Abendessen machen? Nehmen, to take, can I take a picture? Kann ich ein Foto machen? He takes the train to work. Er nimmt den Zug zur Arbeit. She takes a shower in the morning. Sie nimmt morgens eine Dusche. We take the bus to school. Wir nehmen den Bus zur Schule. They take their dog for a walk. Sie nehmen ihren Hund spazieren. Bringen, to bring, can you bring me a glass of water? Kannst du mir ein Glas Wasser bringen? He brings flowers for his girlfriend. Er bringt Blumen für seine Freundin. She brings her lunch to work. Sie bringt ihr Mittagessen mit zur Arbeit. We bring our own snacks to the movie theater. Wir bringen unsere eigenen Snacks ins Kino. They bring their children to school every morning. Sie bringen ihre Kinder jeden Morgen zur Schule. Hören, to hear, listen, I hear music playing. Ich höre Musik spielen. Do you hear that noise? Hörst du das Geräusch? He listens to the radio every morning. Er hört jeden Morgen Radio. We like to listen to podcasts. Wir hören gerne Podcasts. They hear the birds singing outside. Sie hören die Vögel draußen singen. Fragen, to ask, can I ask you a question? Kann ich dich eine Frage stellen? He asks for directions. Er fragt nach dem Weg. She asks her teacher for help. Sie fragt ihren Lehrer um Hilfe. We ask for permission to leave early. Wir fragen um Erlaubnis, frühzeitig zu gehen. They ask for advice from their friends. Sie fragen ihre Freunde um Rat. Spielen, to play, I play the guitar. Ich spiele Gitarre. Do you play any sports? Spielst du irgendeine Sportart? He plays video games in his free time. Er spielt in seiner Freizeit Videospiele. He explains the rules of the game. Er erklärt die Regeln des Spiels. She explains the concept in simple terms. Sie erklärt das Konzept in einfachen Worten. We explain the process step by step. Wir erklären den Prozess Schritt für Schritt. They explain the problem to the teacher. Sie erklären das Problem dem Lehrer. Gibt, gives, he gives me a book. Er gibt mir ein Buch. She gives money to her brother. Sie gibt ihrem Bruder Geld. The teacher gives us homework. Der Lehrer gibt uns Hausaufgaben. My mother gives me advice. Meine Mutter gibt mir Ratschläge. The company gives a bonus to its employees. Die Firma gibt ihren Mitarbeitern einen Bonus. Doch, yet, still, I am hungry, but I still have no money. Ich habe Hunger, aber ich habe doch kein Geld. He is still sick, but he still goes to work. Er ist doch krank, aber er geht trotzdem zur Arbeit. The food was delicious, right? Das Essen war doch lecker, oder? He has no time, but he can still come. Er hat keine Zeit, aber er kann doch kommen. The game was tough, but we still won. Das Spiel war schwer, aber wir haben doch gewonnen. Machen, to do, make, what are you doing on the weekend? Was machst du am Wochenende? I want to go on a trip. Ich möchte eine Reise machen. We are having a party tonight. Wir machen heute Abend eine Party. Can you make a cake for me? Kannst du für mich einen Kuchen machen? They are doing their homework. Sie machen ihre Hausaufgaben. Kein, no, no, any, I have no money. Ich habe kein Geld. He has no time. Er hat keine Zeit. There are no books on this shelf. Es gibt keine Bücher in diesem Regal. They have no children. Sie haben keine Kinder. We have no food. Wir haben kein Essen. Mehr, more, I would like more coffee. Please. Ich hätte gerne mehr Kaffee. Bitte. They earn more money than I do. Sie verdienen mehr Geld als ich. Do you have more ideas? Hast du noch mehr Ideen? The store has more products. Der Laden hat mehr Produkte. She needs more time to finish the task. Sie braucht mehr Zeit, um die Aufgabe zu beenden. Haben, to have, I have a cat. Ich habe eine Katze. We have a load of work. Wir haben viel Arbeit. Does she have siblings? Hat sie Geschwister? They have a new car. Sie haben ein neues Auto. She has a beautiful garden. Sie hat einen schönen Garten. Sehr, very, the food is very delicious. Das Essen ist sehr lecker. She is very tired. Sie ist sehr müde. He helped me very much. Er hat mir sehr geholfen. The movie was very interesting. Der Film war sehr interessant. They are very happy. Sie sind sehr glücklich. Wollen, to want, I want an ice cream. Ich will ein Eis. He want to travel next year. Wir wollen nächstes Jahr verreisen. She wants to read the book. Sie will das Buch lesen. They want to buy a new house. Sie wollen ein neues Haus kaufen. Do you want some coffee? Möchtest du etwas Kaffee? Gehen, to go. I go to school. Ich gehe zur Schule. She is going to the cinema. Sie geht ins Kino. When are we going shopping? Wann gehen wir einkaufen? He goes to the gym every day. Er geht jeden Tag ins Fitnessstudio. They are going to the party. Sie gehen zur Party. Wissen, to know, I don't know the answer. Ich weiß die Antwort nicht. Do you know where the train station is? Weißt du, wo der Bahnhof ist? He knows a lot about history. Er weiß viel über Geschichte. She knows how to play the piano. Sie weiß, wie man Klavier spielt. We know the way to the museum. Wir wissen den Weg zum Museum. Seine, his, its, his sister is a teacher. Seine Schwester ist Lehrerin. The dog wags its tail. Der Hund wedelt seinen Schwanz. The child has lost its toys. Das Kind hat seine Spielsachen verloren. The company increased its sales. Die Firma hat ihre Verkäufe gesteigert. The cat cleaned its fur. Die Katze hat ihr Fell geputzt. Würde, would, I would like to go to the party. Ich würde gerne zur Party gehen. He would read the book if he had more time. Er würde das Buch lesen, wenn er mehr Zeit hätte. If it were raining, we would stay at home. Wenn es regnen würde, würden wir zu Hause bleiben. She would help you if you asked. Sie würde dir helfen, wenn du fragst. They would buy a car if they had enough money. Sie würden ein Auto kaufen, wenn sie genug Geld hätten. Einen, ah, an, I have a dog. Ich habe einen Hund. She has a brother. Sie hat einen Bruder. Can I have a coffee, please? Kann ich einen Kaffee haben, bitte? He found a job. Er hat einen Job gefunden. She wants a new dress. Sie möchte ein neues Kleid. Seit, since, for, I have been here since morning. Ich bin seit dem Morgen hier. They have been friends for many years. Sie sind seit vielen Jahren Freunde. She has been living in Germany for two months. Sie lebt seit zwei Monaten in Deutschland. We have been waiting for an hour. Wir warten seit einer Stunde. He has been working on the project since last week. Er arbeitet seit letzter Woche an dem Projekt. Und, in, I like to drink coffee and tea. Ich trinke gerne Kaffee und Tee. He writes books and magazines. Er liest Bücher und Zeitschriften. I can speak German in English. Ich kann Deutsch und Englisch sprechen. They work hard and efficiently. Sie arbeiten hart und effizient. The sky is blue and the sun is shining. Der Himmel ist blau und die Sonne scheint. In, in, I live in Germany. Ich wohne in Deutschland. The book is in the bag. Das Buch liegt in der Tasche. They work in an office. Sie arbeiten in einem Büro. He is at school. Er ist in der Schule. The cookies are in the tin. Die Kekse sind in der Dose. Er, he, he is a teacher. Er ist ein Lehrer. Where is he? Wo ist er? He is wearing a red sweater. Er hat einen roten Pullover an. He works in a company. Er arbeitet in einer Firma. He comes from Spain. Er kommt aus Spanien. Sie, she, or, they, she is my sister. Sie ist meine Schwester. Where are they? Wo sind sie? They are going to the cinema. Sie gehen ins Kino. They speak German. Sie sprechen Deutsch. They have a cat. Sie haben eine Katze. Es, it, it is a book. Es ist ein Buch. Where is it? Wo ist es? It's raining today. Es regnet heute. There are many books in the library. Es gibt viele Bücher in der Bibliothek. It is late. Es ist spät. So, to, I go to the park to go for a walk. Ich gehe in den Park, um spazieren zu gehen. He goes to the cinema to watch a movie. Er geht ins Kino, um einen Film zu sehen. We go to the seaside to swim. Wir fahren ans Meer, um zu schwimmen. She comes to the party to meet friends. Sie kommt zur Party, um Freunde zu treffen. I go to work to earn money. Ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Mit, with, I am going to the cinema with my friend. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. She eats pizza with tomatoes. Sie isst Pizza mit Tomaten. He goes to work by train. Er fährt mit dem Zug zur Arbeit. We go to the zoo with our parents. Wir gehen mit unseren Eltern in den Zoo. She is talking to her teacher. Sie spricht mit ihrem Lehrer. Wir, we, we are going shopping. Wir gehen einkaufen. We speak German. Wir sprechen Deutsch. We have a cat. Wir haben eine Katze. We are siblings. Wir sind Geschwister. We are going to the cinema. Wir gehen ins Kino. Das, that, I believe, that the food is delicious. Ich glaube, dass das Essen lecker ist. He says, that he will come later. Er sagt, dass er später kommt. I know that you are right. Ich weiß, dass du recht hast. She thinks that it will rain tomorrow. Sie denkt, dass es morgen regnen wird. It's nice that you are here. Es ist schön, dass du hier bist. Auf, on, or, at, the book is on the table. Das Buch liegt auf dem Tisch. I am at a party. Ich bin auf einer Party. He is waiting for the bus. Er wartet auf den Bus. She works on a farm. Sie arbeitet auf einem Bauernhof. I am at the university. Ich bin an der Universität. Mich, me, I am looking forward to the weekend. Ich freue mich auf das Wochenende. Can you hear me? Kannst du mich hören? She invited me for dinner. Sie hat mich zum Essen eingeladen. I believe in myself. Ich glaube an mich. He called me. Er hat mich angerufen. Dann, then, I am going shopping now and then to the doctor. Ich gehe jetzt einkaufen und dann zum Arzt. When you are done, you can then go to the cinema. Wenn du fertig bist, kannst du dann ins Kino gehen. Dann, then, my friend Camille helped me. Dann kam mein Freund und hat mir geholfen. I have learned a lot and can speak German better now. Ich habe viel gelernt und kann jetzt besser Deutsch sprechen. He ate and then went for a walk. Wir haben gegessen und sind dann spazieren gegangen. An, at, or, on, I am at the bus stop. Ich bin an der Bushaltestelle. He is working on a project. Er arbeitet an einem Projekt. She hangs the picture on the wall. Sie hängt das Bild an die Wand. We meet at the train station. Wir haben uns am Bahnhof getroffen. I am at the university. Ich bin an der Universität. Für, for, I have a present for you. Ich habe ein Geschenk für dich. He cooks the food for the family. Er kocht das Essen für die Familie. We are doing the project for school. Wir machen das Projekt für die Schule. It is a good idea for the weekend. Es ist eine gute Idee für das Wochenende. I work a lot to earn money for the vacation. Ich arbeite viel, um Geld für den Urlaub zu verdienen.